Du schaffst es nicht, in drei Tagen eine Mini-Kollektion für deinen Thailand-Urlaub zu häkeln. Drei Tops und drei Schleifen in drei Tagen, mein Ego sagt, ich schaff das. In Thailand haben wir aktuell 30 Grad. Und weil ich auch nur am Strand chille, werde ich dementsprechend nur Strandtops häkeln. Um auch wirklich keine Zeit zu verlieren, habe ich erstmal die Skizze erstellt. Vegane Salamimbrot in der Pause. Ein neues Muster zu lernen dauert Ewigkeiten und ich hab das nicht wirklich bedacht. Weswegen es doch vielleicht sehr eng werden könnte, drei Tops zu häkeln. Ich war schon ziemlich am Arsch und hatte keinen Bock mehr. Weil ich aber keine Wetten verlieren kann, muss ich durchziehen und mir in den Arsch beißen. Wie ihr seht, hat dieses Top unten ein Blumenmuster. Und ich hatte einfach mittendrin Mental Breakdown. Ich musste einfach die Hälfte meiner Arbeit wieder aufmachen, weil ich in der Mitte einfach einen Fehler gemacht habe. Spät am Abend habe ich das Muster dann endlich geschafft, hab das dann schnell zusammengenäht. Am nächsten Tag durfte ich wirklich keine Zeit verlieren, weil ich für das Top viel länger gebraucht habe als geplant. Und heute werde ich schnell die Schleifen fertig häkeln. In Part 2 werde ich noch die zwei weiteren Tops häkeln und ich hoffe, ich schaffe das.